Yo Freunde, was geht ab? Touretto wieder am Start von einer neuen Folge Infinity Warfare. Ich hatte sehr viele Probleme gehabt mit Infinity Warfare. Ich musste meine ganze Felsplatte komplett frei machen. Das ging einfach nicht bei Infinity Warfare. Zum Beispiel eine Unterbrechung 5, 4, 3, 2, 1. Dann steht da, Spiel gestartet, ich fliehe raus. Das war das jedes Mal so. Jedes Mal war das so bei BO3, also bei Black Ops 3 war das auch immer so. Ich konnte nichts machen. Ich habe mir so gedacht, scheiße, was mache ich jetzt neue PC kaufen? Okay, dann versuchen wir zuerst mal alles platt zu machen. Okay, dann habe ich gestern, habe ich Infinity Warfare wieder installiert. Heute Morgen haben wir Spiro 3 installiert. BO3 funktioniert immer noch nicht. Infinity Warfare funktioniert jetzt, Gott sei Dank. Ja, deswegen, ja, jetzt zocken wir einfach mal eine Runde, meine zweite Runde für heute mit der Kava. Mal gucken, was wir so gerissen bekommen. Ähm, ja. Gucken wir mal. Es war so übel, ne? Das ist mit Infinity Warfare leider nicht funktioniert. Weil mir fliegt keine andere... Oh, scheiße. Mir fliegt keine andere Wahl und da musste ich irgendwie das Video raushauen, ne? Weil mir macht das verdammt viel Spaß. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Mir macht das verdammt viel Spaß. Oh mein. Ah, fickt euch doch jetzt. Mein Gott. Oh nein. So. Sorry, Freunde. Es war so übel und da habe ich Battlefield rausgehauen, ne? Da habe ich Battlefield rausgehauen, aber das kann überhaupt nicht gut an, ne? 20 Aufrufe und dann dachte ich mir so, oh, oh, oh. Geht gar, ne? Und, äh, ja. Aber für sogar irgendwie muss ich BO3 wieder hinbekommen. Äh, BO3 sagen schon. Ähm, Infinity Warfare. Es ist einfach das beste Spiel, was es gibt. Und, ja. Du hältst bitte deine Fresse da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich dachte, ich hätte noch zurückspulen, aber... Nö, nö, war nichts. War gar nichts. Warum finde ich immer das Opfer hier? Warum finde ich immer? Oh, da kann man sie eh. Ah, wie er drin gammelt, ey. Es ist so ekelhaft, Leute. Es ist so ekelhaft. Egal, das hier ist einfach nur so eine getrillte Runde, Leute. Du müsstest ja jetzt nichts ernst nehmen. Einfach nur... Dicke, was bist du für ein Hurensohn? Ähm, ja. Einfach, da ist es gut. Es war so klar. Es war so klar. Ich hab nur drauf gewacht, mit meinem. Egal, es geht um... Heute geht einfach um nichts, ne? Also, wenn ich wieder... Es ist das nächste Video. Gib ich auf jeden Fall wieder das an mir. Ähm, aber... Ja. Es hier ist auch eine Schwitzer-Lobby. Die kommen hier mit Aura. Die kommen hier mit Eric. Zyklopien. Mit der epischen... Die kommen hier mit Shotgun. Die kommen hier mit solche ekelhafte Waffen. Es ist so abartig. Ekelhaft. Und trotzdem gewinnen wir noch so hart. Ich weiß nicht, wie die das machen, ne? Ich hab keinen Plan. Da gammelt schon einer. Pass auf, da. Mein Gott. Was ist das hier für eine verkämte Wichs-Lobby? Oh, ich hab richtig Angst. Richtig Angst, boah. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Das mach ich jetzt auch mal. Boah. Boah. So, jetzt sind wir gut dabei. Jetzt versuch mal. Nein! Leute! Sagt mir bitte, was ist hier los? Ich hab grad... Eigentlich hab ich schon ein Video rausgebracht, aber... ein sehr gutes sogar, aber... Ähm... Meine Webcam, die Grafik, ist einfach so bescheuert gewesen. So hässlich! Und dann dachte ich mir so, okay, testen wir das jetzt noch einmal. Und, ähm... Es ist viel besser geworden. Also, das zweite Video ist viel besser geworden als das erste. Und dann dachte ich so, hä? Das kann doch gar nicht sein, man. Und ja, da hoffe ich jetzt mal, dass das Video hier... besser ist. Wenn nicht, dann ist es mir egal, dann... Dann hau ich es einfach raus. Dann muss ich gucken, wie ich das... Wie ich das mache. Damit die Grafik gut ist. Weil ich hab ein verdammt gut Webcam extra gekauft für euch meine Freunde. Digga, willst du mich verarschen? Und, äh... Ja. Ich hoffe... Keine Ahnung, woher sich hier rein... Oh mein Gott, oh mein Gott. Man merkt, ich bin total überfordert gerade. Man merkt es. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Da es mal eine zweite Runde ist und... Eine zweite Runde kann man jetzt nicht erwarten. Okay. Er reißt jetzt den Nuke oder so. Und wenn man dann noch die Auge spielt, ne? Wenn man dann noch die Auge spielt, hab man das so ganz verkackt. Äh... Ja. Sie benutzen nur krasse Waffen. Und... Ich bin eigentlich im Moment... Spiele ich gerade gut. Natürlich, mein Aim ist noch nicht so perfekt. Mein Movement und so weiter. Aber... Das gibt sich. Ich glaube, wir hängen noch eine Runde dran, da es gerade sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm... Ja. Wenn ihr mal irgendwie wollt, dass ich irgendwelche Challenges mache, dass ich mal PO3 zocke, haben wieder rausgehauen, wurde aber noch nicht so gut, wie ich bemerkt habe. Ähm... Oder was wollt ihr sehen von mir? Ich... Ich... Ich weiß es nicht. Jedes Mal, ich finde die Waffe, glaube ich, ist nicht so gut. Kommt nicht so gut. Und... Ja. Haut mal raus, was ihr so... Sehen wollt. Nee, Melee. Hab ich da was drauf? Melee? Eigentlich hasse ich dich. Ja. Oh, nee, es wird schon eng. Jetzt kann man auch drücken. Jetzt ist sowieso egal. Ähm... Eine 3,71er durchschnittlich... Läuft. Wenn ich aufnehme, natürlich nicht so gut, ne? Logisch. Eine 6,33er. Kann ich mich gar nicht mehr dran ändern. Wie gesagt, vor zwei, drei Tagen war das, glaube ich. Gucken wir uns das doch mal an. Ich hoffe... Die, äh... Qualität ist jetzt besser. Nervt mich, ne? Also... Ob beim ersten Video war die Qualität richtig beschissen... Im zweiten... Im zweiten... Das ist mit meinem Webcam habe ich noch nicht. Sondern... Aber das zweite habe ich schon gemacht. Und, ähm... Da hab ich schon gedacht, okay, dann probieren wir das jetzt erst mal. Wenn der Tier jetzt gut wird, hau ich das raus. Wenn der Tier jetzt gut wird, hau ich das raus. Wenn der Tier scheiße wird, hau ich das erste raus. Weil bei dem ersten Video hat mir ein bisschen besser gemacht. Da hab ich mir heute noch Battlefield 4.4 PC installiert. Weil ich dachte, schau... Die PS4 ist im Arsch, ne? Ich dachte echt, die PS4 wäre im Arsch. Und gehe ich heute Abend hier runter in mein Zimmer, stecke die PS4 an, gucke einfach mal. Und es ging. Perfekt. Hab ich mir sogar da. Zocken wir erstmal runter. Ja, aber da hab ich auch schon wieder ausgemacht irgendwie. Hat gar keinen Bock so richtig. Ja, und dann... Jo, man kennt es! Die Camper! Direkt... Direkt... Oh, wo sind sie? Wo sind sie? Ist mir aber egal. Ist mir so scheiße egal, man. Wir legen in Führung. Deswegen hasse ich die scheiß Lock hier. Ich hab einfach keinen Plan. Und die Gegner spawnen. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Wart mal schneller nach hier. Oh mein Gott. Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet. Null. Richtig. Null damit gerechnet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist ja... Übertrieben krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist wohl so hin. Er ist schon down. guck da war er gammelt da warum warum ich hasse es manchmal manchmal kann ich schräg manchmal ja werden noch kills geklaut und 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 jetzt kommt es war der auger bastard guck da gammelt er schon wieder er ist ein buchen so ein richtiger abgärmischer bastard alter solche leute brauchen die weg gar nicht zu zocken aber null hat man gedacht das darf eine laser was macht er denn da was macht er denn direkt gespawnt oder was ist hier los warum werden die da gespawnt mann wurden die doch gerade gespawnt warte fack wie grad machst du denn da warte fack packe ich oh mein gott was war das für so hoch geflogen dass ich irgendwie selber nicht mehr wusste ok wohin oh gott oh gott oh gott ich habe das gemacht ja habe ich das gemacht man ich habe keine ahnung verbündete drohnenunterstützung aktiv oh mein gott das wäre jetzt richtig doof gelaufen wenn ich jetzt hier rein nein 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 oh mein gott weg richtiger Drecksack nein 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 oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht mehr ich bin echt überfordert nur klar, was ich machen soll Puh, aber 4 Leute, Alter geil, ich hab schon 30 Punkte äh, 30 Punkte, oh, ich bin so dummer Mann 30 Abschüsse, Digga oh mein Gott, au, du bist ein Hurensohn wenn du das hier sehen solltest, du bist ein Hurensohn, okay wer bist du nicht, abschauen abschauen für ganz Call of Duty, Alter oh mein Gott, wie soll ich die jetzt alle holen oh mein Gott aber die Runde, die war echt aber nicht wenn sie jaaaa, du hast so Glück gehabt, dass meine Mini leer ging, man dumme Stück Scheiße ich bin auf meine 3,30er Quote ganz zufrieden für mein zweites Spiel okay komm her warum ich spiele mit Waffen, das eigentlich so Verteidigungswaffen sind so wie die Mauler, die irgendwie ähm mit zwei Schüssen tot sind oh, was trete ich hier eigentlich für ein Deutsch die Mauler da ist man mit zwei Schüsse tot aufgegeben oh, naja alles klar hoffentlich habt ihr es noch hier alles aufgenommen gut aufgenommen und wenn euch das gefallen hat dann lasst einen Daumen da und ein Abo wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt hört rein und ciao